So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die häufigsten Anfängerfehler bei der Herstellung von Sichtbeton und vor allem zeige ich euch auch, wie ihr sie vermeiden könnt. Dann legen wir mal los. Nur dass euch nicht wundert, beim heutigen Video ist übrigens mein Zwillingsbruder dabei. Der schaut logischerweise genauso aus wie ich, aber ihr werdet gleich sehen, der ist beim Arbeiten immer eilig und der pusht auch ganz gerne ein bisschen. Also ja, so wie er es macht, sollt ihr das lieber nicht machen. Also den ersten großen Fehler, den kann man schon gleich mal bei der Auswahl des Schalungsmaterials machen. Wenn man später eine spiegelglatte und makellose Sichtbetonoberfläche haben will, dann braucht man natürlich auch eine entsprechende Schalungsoberfläche. Ja, die soll wasserabweisend und natürlich komplett glatt sein, weil so glatt wie eure Schalungsoberfläche ist, so wird im Optimalfall dann auch eure Sichtbetonoberfläche aussehen. Ich verwende für meine Schalungen immer beschichtete Spanplatten mit einer Materialstärke von 16 mm. Die sind im Vergleich zu anderen Plattenmaterials ziemlich günstig. Ihr könnt natürlich auch Siebdruckerplatten nehmen, die sind etwas langlebiger, aber natürlich auch deutlich teuer. Ich baue mir jetzt auch mal eine Schalungsform, aber ich bin der Meinung, Holz ist Holz. Dann kommen wir auch schon zur Fehlerquelle Nummer zwei, das ist die Silikonfuge. Die Schalungsform muss ringsum mit einer Silikonfuge abgedichtet werden, so dass kein Wasser auslaufen kann. Und die Fuge, da solltet ihr euch Zeit nehmen, die müsst ihr sauber ausführen, weil jede Ungenauigkeit, die ihr auf dieser Silikonfuge habt, die wird sich später eins zu eins auf den Sichtbeton übertragen. Bevor ich jetzt gleich mit der Silikonfuge anfange, verrate ich euch noch einen kleinen Trick und zwar werde ich jetzt rundum an den Stößen hier so einen Möbelwachs auftragen, ganz fein mit einem Lappen und dadurch spare ich mir nachher einen Haufen Arbeit und Zeit, weil man die Überstände von dem Silikon dann ganz einfach wieder abziehen und entfernen kann. Und dann können wir jetzt mit der Silikonfuge weitermachen und wie gesagt lasst euch Zeit dabei und macht es sauber und ordentlich. Am besten macht ihr es so, dass ihr euch die Spitze von dieser Silikonkartusche circa einen Zentimeter tief abschneidet, weil dann habt ihr nämlich die optimale Auftragsmenge an Silikon. Zum Abziehen des Silikons verwende ich ja immer solche Modellierkugeln. Ja, ist für mich am einfachsten, damit die Ecken nachzuziehen, aber Modellierwerkzeuge gibt es in zig verschiedenen Ausführungen. Ihr müsst einfach mal schauen, was für euch am besten taugt. Die Kugeln verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Silikonfuge dann gezogen habt, dann muss das Silikon erstmal aushärten. Ich mache es meistens so, dass ich es über Nacht stehen lasse und dann am nächsten Tag mit dem Betonieren weitermache. So, das Silikon ist jetzt über Nacht ausgehärtet. Dann schauen wir mal, wie sich es wieder entfernen lässt. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das problemlos und ohne Rückstände. Das Ergebnis ist ein sauberer Silikonfuge. Meine außerdem noch eine Silikonfuge anbringen, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist. Aber machen wir es halt einmal. Und ja, das Wachs und so ein Fugenwerkzeug habe ich mir jetzt nicht mehr besorgt. Das Geld spare ich mir. Mache ich mit dem Finger. Das funktioniert auch, weil ihr das sehen. Kein Problem. Bevor es gleich mit dem Betonieren losgeht, wird auf die Oberfläche noch ein Trennmittel aufgetragen. Das sorgt dann dafür, dass der Beton keine Haftung mit der Oberfläche eingehen kann. Dadurch erhält man eine gleichmäßige und glatte Oberfläche. Und ja, das Betonteil lässt sich natürlich dadurch dann auch nachher viel einfacher ausschalen. Beim Trennmittel ist zu beachten, dass man das richtige Produkt auswählt. Es gibt nämlich zwei verschiedene Produkte. Einmal für nicht saugende Untergründe und einmal für saugende Untergründe. In unserem Fall ist es eine Platte, die kein Wasser aufnimmt. Deswegen brauchen wir eins für nicht saugende Untergründe. Das Trennmittel müsst ihr vor Gebrauch gut schütteln, weil sonst kann es nämlich sein, dass es auf der Oberfläche nicht richtig wirkt. Und beim Auftragen ist dann zu beachten, dass man es wirklich nur als Hauchtunen-Film gleichmäßig aufträgt und die Überstände eben dann abnimmt. Also die Oberfläche dürfte nicht feucht sein, die dürfte nur so einen ganz leichten, ja so einen ganz leichten fettigen Film haben. Und ich verwende als Trennmittel einfach Sonnenblumenöl. Das habe ich eh da. Das kostet mich nichts. Und davon haue ich jetzt ordentlich was drauf, weil ihr wisst ja, viel hilft viel. So, dann kommen wir auch schon zum Beton. Da gibt es auch einiges zu beachten, wenn man optimale Ergebnisse erzielen will. Ich werde es jetzt hier so machen, dass ich mir die einzelnen Komponenten selber anmische. Das ist die günstigste Variante und da ist es dann eben wichtig, dass man sich die komplette Mischung erstmal im trockenen Zustand gut durchmischt, um später ein homogenes Ergebnis zu erzielen. Und erst dann wird das Wasser dazugegeben. Dann gibt man jetzt auch das Wasser zu. Da gibt es natürlich auch wieder was zu beachten. Der Wasser-Zement-Wert sollte bei normalen Beton bei 0,4 liegen. Was bedeutet das jetzt? Ja, ganz einfach, auf ein Kilogramm Zement soll man 400 Milliliter Wasser zugeben. Das ist so der optimale Wert. Und wenn man jetzt mehr dazugibt, ja dann wird später die Stabilität von dem Beton darunter leiden. Und man wird es auch merken, bei der Verarbeitung wird es dann eine ziemlich feuchte Angelegenheit, weil der enthaltene Zement im Beton dann das Wasser nicht mehr binden kann. Und dann wird das Wasser nach oben an die Oberfläche abgegeben und dann hat man später oben auf der Oberfläche so eine Wasserschicht stehen. Also das sollte nicht passieren. Mit der letzten Menge Anmachwasser gebe ich dann immer noch ein bisschen Fließmittel bei. Das sorgt dann dafür, dass sich der Beton einfacher verarbeiten lässt, fließfähiger ist und sich besser verdichtet. Ja, und die empfohlene Zugabemenge von diesem Mittel, was ich hier verwende, liegt bei 2 bis 25 Milliliter auf ein Kilogramm Zement. Ja, ich mache die Menge meistens so zwischen 5 bis 10 Milliliter, also was ich verwende für ein Kilogramm Zement. Müsst ihr selber mal ausprobieren, wie es am besten passt und wie für euch die Konsistenz am besten ist. Und dass euer Mischungsverhältnis passt, das erkennt ihr dann ganz gut daran, wenn ihr den Beton hier einfach mal zwei, drei Minuten stehen lasst und sich dann an der Oberfläche keine Wasserschicht bildet. Also ich mische meinen Beton immer frei nach Augenmaß an. Das hat schon immer funktioniert. Und so Fließmittel und so Zeug, also naja, das braucht man nicht unbedingt, das geht auch ohne. Und dann können wir mit dem Betonieren loslegen. Wenn man den Beton in die Schalungsform gibt, dann sollte man immer überlappend arbeiten, so dass sich der Beton langsam von einer Seite zur anderen Seite gleichmäßig ausbreiten kann und dadurch erhält man dann weniger Lufteinschlüsse und letztendlich eine gleichmäßige Oberflächenoptik. Bei diesem Video wird mit Sicherheit wieder die Frage auftauchen, warum ich zum Einbringen des Betons keine Kelle verwende und die Hände. Ja, es hat mehrere Gründe. Mit den Händen hat man einfach ein viel besseres Gefühl für das Material. Durch das Abklopfen wird der Beton in der Schalung gleich verdichtet und es macht einfach verdammt viel Spaß. Müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Dann fange ich jetzt auch mal mit dem Betonieren an. Kinaspiel, werdet ihr sehen. So, schon fertig. Ein Fehler, den man als Anfänger auch häufig macht, ist, dass man einfach die Armierung vergisst. Ja, das ist natürlich letztendlich dann fatal, weil der Beton dann keine Zug- und Biegekräfte aufnehmen kann. Ich verwende als Armierung meistens solche Armierungsgitter aus Kunststoff oder Glasfasern, aber man kann auch Esterich, Matten oder so verwenden. Hauptsache ist, dass man überhaupt eine Armierung verwendet. Armierung verwende ich übrigens nicht. Was soll denn das? Der Beton wird auch Stein hart. Passiert auch nichts. Und dann, wenn die Schalungsform voll ist, wird der Beton noch verdichtet und das macht man am besten mit Vibration. Ich nehme hier einen Hammer und schlage von unten gegen den Tisch. Was man beim Verdichten auch noch beachten soll, ist, dass man möglichst wenig mit Scherbewegungen arbeitet, nenne ich es mal. Also, dass man die Schalungsform hier von rechts nach links und von vorne nach hinten bewegt, weil sonst kann es passieren, dass der Zementlärm an den Kanten ausgewaschen wird und dann habt ihr später brückige und sandige Kanten. Und das kann man eben so vermeiden, indem man diese Bewegungen hier vermeidet. Den Frischbeton sollte man dann auch noch nachbehandeln. Das bedeutet, dass man verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit über die Oberfläche verdunsten kann. Und das erreicht man am besten, wenn man die komplette Oberfläche mit einer Plane abdeckt. Und dadurch härtet der Beton dann langsamer aus, aber dadurch auch härter. Dadurch lässt sich auch verhindern, dass sich zu große Spannungen im Beton aufbauen oder man kann zumindest die Spannung minimieren, weil bei filigranen Tischplatten oder bei großen Tischplatten, da hat man oft das Problem, dass sich die Platte dann wölbt, also nennt man Schüsseln. Und das kann man eben durch eine gezielte Nachbehandlung verhindern. Nachbehandlung? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Ja, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Also ich decke meinen Beton ja nicht ab, weil dann ist er eher ausgeheitet. Ich kann eher ausschalen und ich kann es doch eh kaum erwarten, zu sehen wie er aussieht. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt unbedingt wissen wie die Oberfläche aussieht. Ich fange jetzt mit dem Ausschalen an. Die Oberfläche ist doch nach 24 Stunden hart genug. Schaut mal her. Das passt schon. Schaut mal, da haftet da noch ein Teil der Oberfläche an der Schalung und feucht ist es irgendwie auch noch ein bisschen. Ja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen länger warten sollen. So Leute, ich habe jetzt mit dem Ausschalen 24 Stunden gewartet. Ich bin zwar grundsätzlich auch, sagen wir mal, ungeduldig. Aber in dem Fall, in Sachen Beton habe ich schon zu viel Lehrgeld bezahlt und da warte ich lieber etwas länger. Die Dauer ist zwar auch immer von der Temperatur in der Werkstatt abhängig, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn sich der Beton oben auf der Oberfläche nicht mehr wirklich feucht anfühlt und man mit dem Fingernagel keine Kratzer mehr in die Oberfläche machen kann, dann kann man mit dem Ausschalen beginnen. Natürlich sollte man beim Ausschalen noch vorsichtig vorgehen, weil der Beton nach zwei bis drei Tagen erst 60 bis 70 Prozent seiner Nennfestigkeit erreicht hat. So sieht die Platte jetzt nach zwei Stunden aus. Es sind noch ein paar dunkle Stellen an der Oberfläche, da ist noch Feuchtigkeit im Beton enthalten, aber die wird noch verdunsten und dann wird das Ergebnis noch einheitlicher. Sonst bin ich echt zufrieden. Die Oberfläche ist komplett glatt, keine Lufteinschlüsse, kann man lassen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns meine Platte auch mal an. Das Ergebnis ist wohl eher was für einen Bauschuttcontainer, würde ich sagen. Tja, wenn man so pfuscht, dann dürfte man sich halt auch über solche Ergebnisse nicht beschweren. Kommt mal her, ich zeige euch jetzt mal die Auswirkung der einzelnen Fehler. Wie ihr sehen könnt, hat die Oberfläche hier ziemlich viele Lufteinschlüsse. Das liegt hauptsächlich an einer mangelhaften Verdichtung, aber auch am Trennmittel, weil wie ihr sehen könnt, sind hier auf der Bodenplatte noch viele Anhaftungen vom Beton. Die Kanten sind ziemlich unsauber und porös, ja, wegen der schlecht gezogenen Silikonfuge unter anderem. Und auch hier sieht man wieder, dass der Beton insgesamt schlecht verdichtet wurde. Der Beton selbst ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Sieht man, der ist jetzt ziemlich porös und kriselig, also, ja, die Mischung war eben nicht optimal. Und letztendlich ist der Beton durch die fehlende Armierung auch nicht wirklich belastbar, wie ihr sehen könnt. Also ich denke, ihr habt gesehen, vermeintlich kleine Fehler können eine große Auswirkung aufs Endergebnis haben. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, dass keine Fragen offen geblieben sind und dass ihr jetzt alle Sichtbeton in höchster Qualität herstellen könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut noch weitere Videos von mir an, um den Kanal zu unterstützen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.